Guten Abend von meiner Seite aus. Wir befinden uns in der Reihe der zehn Gebote und wir haben gerade letzte Woche damit begonnen. Wir haben letzte Woche von Matze eine Einführung bekommen, was die zehn Gebote sind, wozu sie uns gegeben worden sind und was das erste Gebot bedeutet. Matze hat uns erzählt, dass die zehn Gebote ein Ausdruck der Liebe Gottes sind und unserer Freiheit, die wir haben in Jesus Christus. Und er hat uns das erste Gebot nahegebracht, das davon handelt, wen wir anbeten sollen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott allein gebührt die Ehre. Und heute wollen wir mit dem zweiten Gebot fortfahren, das ab Vers 4 losgeht. Also lese mit mir gemeinsam. 2. Mose 20, ab Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, der aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Mein Statement zu diesen Punkten, was ich heute Abend deutlich machen möchte, ist, die Liebe Gottes zeigt sich in seinem Eifer für uns, für seine Liebe ist kein Weg zu weit. Die Liebe Gottes zeigt sich in seinem Eifer für uns, für seine Liebe ist kein Weg zu weit. Ich habe eine Geschichte zu diesem Gleichnis gefunden von Pastor Mark Driscoll, der viel herumgereist ist und an vielen Orten der Welt war schon und einmal war er in Indien und dort ist er mitten ins Nirgendwo gereist, irgendwie in so einen Kaff, sonst wo. Und dort sollte eine Pastorenkonferenz stattfinden. Und in diesem Dorf waren überall kleine Tempel mit so kleinen Göttern. Ich habe da so Bilder, wie das eventuell aussehen könnte. So mit total viel Tramram und Blumen und hast du nicht gesehen. Alles mögliche. Das zweite auch nochmal irgendwie. Genau. Manchmal auch nicht ganz so prachtvoll, aber irgendwie wurde den Essen dorthin gestellt, dem wurde gehuldigt. Wie auch immer. Auf jeden Fall überall diese kleinen, kleinen Tempel und irgendwie viele, viele verschiedene. Für jeden Gott, der irgendwas irgendwie machen sollte, hatten sie dort einen, so einen Tempel. Auf jeden Fall war das ziemlich spooky für ihn und trifft dort halt diese ganzen Pastoren, die ehemalige irgendwie Hexendoktoren waren und Hinduismus betrieben haben und hast du nicht gesehen. Und er kommt dort mit einer Pastorenfrau ins Gespräch. Und sie fragt ihn, ob er schon vorher mal in Indien war. Er sagt dann, nee, ist das erste Mal. Ja und wie gefällt es dir hier? Weil er es nicht besser wusste, sagt er, ja es ist anders. Anders als bei uns. Und dann fragt er sie, warst du schon mal in Amerika? Ja, ja, war ich. Ja wunderbar. Und wann waren sie denn dort? Ja, das ist schon viele, viele Jahre her. Und kommen sie nochmal wieder? Und die Frau sagte, ich denke nicht, dass ich nochmal wiederkomme. Ich vertrage den Götzendienst dort nicht. Das hat ihn total geschockt. Er kommt dort nach Indien, sieht überall diese Tempel, diese Götzen, denen gehuldigt wird, denen geopfert wird. Und diese Pastorenfrau dort sagt, dass sie den Götzendienst in Amerika nicht verträgt. Aber was ist denn in Amerika, und ich denke in Europa haben wir eine ähnliche Kultur, hier unser Götzendienst? Was sind unsere Götzenbilder? Was hat dieses Gebot für uns zu sagen, du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst dir kein Gleichnis machen? Viele von euch denken vielleicht, okay, das Gebot geht mir nichts an. Ich stelle mir keinen so einen Götzen bei mir zu Hause in. Ich war letztens diese Woche mit meiner Frau einkaufen, da waren wir bei so einem großen Teppichladen in Elmshorn. Und da gehen wir da so durch die Dekoabteilung. Und in einen so einen Riesenbereich, nur mit solchen Buddha-Figuren und Götzenstatuen, also gibt es auch schon hier alles. Aber vielleicht denkst du, hey, ich bin ein guter Christ. Ich weiß, dass sich das nicht gehört. Ich befolge das Gebot. Und deswegen stelle ich mir so ein Ding bei mir zu Hause nicht hin. Und deswegen, hey, super, Joni kannst aufhören zu reden. Alles top, machen wir nicht. Ich denke aber, dass wir in unserer Kultur nicht sehen, was unsere eigentlichen Götzen sind, was unsere Abbilder sind, unsere Bildnisse, die wir uns machen und den wir huldigen. Was ist also ein Götze? André hatte das schon mal irgendwie in einer Predigt erklärt, wie dieses, wie Luther dieses Wort entwickelt hat, aus Gott und Nichts. Götze. Also es ist eigentlich ein Nichts. Etwas, was wir zu Gott machen, was aber nichts ist. Und alles, was wir an Gottes Stelle setzen, das wird zu unserem Gott. In Römer 1, Vers 23 und 24 steht, und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sich selbst geschändet werden. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes getauscht durch ein Bild, durch ein Abklatsch, durch irgendwas, was uns vorgaukeln will. Es sei Gott, es kann unser Leben bestimmen und es braucht unsere Aufmerksamkeit, unsere Ressourcen, unser Geld, alles, was wir haben. Und doch kann es uns das nicht geben, was es uns verspricht. Wie sieht das konkret bei uns aus? Wie ist es bei dir mit deinem Erfolg in der Schule oder deinem Erfolg im Studium oder in deinem Job, deine Karriere? All diese Dinge sind erstmal nicht schlecht, oder? Sollen wir lernen, damit wir gute Noten in der Schule und im Studium bekommen? Ja, klar, sicher. Sollen wir versuchen, unseren Job gut zu machen und ein Vorbild zu sein in der Abteilung, wo wir sind? Ja, sicher. Aber all diese Dinge können auch zu unserem Gott, zu unserem Götzen werden, wenn wir sie über Gott stellen. Wenn wir zum Beispiel Kompromisse eingehen, wenn wir nur noch aufs Lernen fixiert sind und den Tag des Herrn nicht mehr achten. Wenn wir denken, wir brauchen Gott bei dem allen nicht. Wir können lernen, wir können, wir schaffen das schon selber. Und uns nur noch auf diesen Erfolg konzentrieren. Oder auch im Job einfach die Karriere über alles stellen und dann Kompromisse eingehen und vielleicht hier mal eine kleine Notlüge oder hier mal irgendwie einen Kollegen ausstechen oder hier mal irgendwie sündigen. Das sind alles Dinge, die, wo Sünde sich einschleicht und wo etwas Gutes zu etwas Bösem werden kann. Oder wie sieht es aus mit deinem Körper? Dein Körper kann auch zu deinem Gott werden, wenn du dich nur noch darum drehst und nur noch versuchst, der Schönste im Raum zu sein oder die Schönste, die neuesten Klamotten zu haben. Das Einkaufszentrum wird zu unserem Tempel, wo wir hingehen und unseren Egoismus fördern und denken, diese Dinge, die brauche ich alle, die sind so toll und auch das, das brauche ich unbedingt, um gut vor meinen Freunden dazustehen. Und wir beweihräuchern uns selbst und sehen all die tollen Dinge. Oder auch, was auch zu unserem Gott werden kann, ist irgendwie der nächste Superstar. Die amerikanische Sendung von Deutschland sucht den Superstar heißt nicht umsonst American Idol und Idol ist das Wort für Idol, Götze. Idol ist so ein bisschen verniedlicht vielleicht, aber wenn man das einfach mal ins Deutsch übersetzt als Götze, dann, keine Ahnung, schmeißen wir unser Geld aus dem Fenster, laufen denen hinterher, fahren zu jedem Konzert, setzen unsere Kraft und unsere Energie einfach dafür ein, irgendwem hinterher zu jagen. Und es gibt so vieles, was unsere Aufmerksamkeit uns von Gott ablenken will und unsere Aufmerksamkeit haben will. Und so vertieft dieses Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Das erste Gebot, was uns erklärt, wen wir alleine anbeten sollen, Gott alleine. Und das zweite erklärt uns, wen wir nicht anbeten sollen, die falschen Götter, von denen wir uns kein Abbild machen sollen. Es sagt uns aber auch etwas aus über Gott, nicht nur wie Gott nicht ist, sondern auch über Gott. Und zwar erklärt es uns die Unsichtbarkeit Gottes. Wir sollen uns kein Bildnis machen von irgendwem und das anbeten. Wir sollen es auch kein Bildnis von Gott machen, was wir anbeten sollen. Das hängt damit zusammen, dass Gott allgegenwärtig ist, unsichtbar ist. Gott, der Vater, hat keine physische Form, die wir irgendwie darstellen könnten. Und während alle anderen Völker um Israel herum Götzen hatten, die da standen, die man ansehen konnte, wo man hingehen konnte, wo man sich an einem bestimmten Ort niederknien konnte, dem man irgendwas geben konnte und hoffen konnte, dass sie irgendwas tun, hatte Israel Gott, der unsichtbar war, der ungreifbar war, der so fern schien für sie. Und so hatten sie es nicht immer leicht. Und als ich dieses Gebot mir durchgelesen habe, bin ich sofort auf das goldene Kalb gekommen. Das ist nur ein paar Kapitel weiter. Und dort ist es so, dass Mose gerade auf dem Berg ist und gerade die Gebote von Gott übergeben bekommt. Und Gott erzählt ihm gerade alles und Mose schreibt das alles nieder und das ist die Wolke und Mose ist da oben und das Volk ist unten und denkt sich mit irgendwann, der kommt ja gar nicht wieder. Lebt er überhaupt noch? Naja, irgendwie sind wir aus Ägypten mit ihm rausgekommen so, aber jetzt ist er irgendwie nicht mehr da. Was sollen wir machen? Okay, hier ist Aaron, sein Bruder. Gehen wir mal zu ihm hin. Und das Volk geht zu Aaron und 2. Mose 32 lesen wir, dass sie zu ihm sagen, auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Und wenn man das ganz genau liest, dann erstellt man sogar erschreckend fest, dass die Israeliten zu diesem Zeitpunkt nicht mal gecheckt haben, dass Gott sie aus Ägypten geführt haben, sondern es heißt da, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Und dann sagt Aaron sowas wie, dass sie ein Fest für den Herrn machen sollen und sagen jetzt, okay, dieses goldene Kalb ist jetzt irgendwie der Herr und darum tanzen sie. Gott wird zornig und bestraft die Israeliten und regelt das Ganze wieder. Aber was ging dort in den Herzen der Israeliten vor? Warum haben sie diesen Schritt überhaupt getan? Sie wurden gerade aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit und schon drehen sie sich um. Und kurze Zeit, Gott ist kurz mal nicht da, Mose ist kurz mal nicht da, irgendwie ihr Anführer, oh, wir fühlen uns verloren, wir brauchen irgendwie so einen Kalb. Sie wollen einen Gott, den sie sehen können, den sie anfassen können, den sie kontrollieren können. Doch Gott hat keine räumliche Dimension. Gott kann nicht von uns in einen Raum gepresst werden. Salomo sagt in 1. Könige 8, Vers 27, da hat er gerade den Tempel fertiggestellt für Gott und kurz danach sagt er, aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können ihn nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Salomo erkennt, dass Gott so viel größer ist, so viel mehr ist, als wir uns irgendwie vorstellen können. Und wir versuchen, Gott irgendwie in unsere Vorstellung reinzupressen. Wir sind nicht anders als die Israeliten. Wir vertrauen Gott nicht voll und ganz. Wir wollen, wenn wir beten, dann muss Gott das sofort erhören. Und wenn ich jetzt irgendwie was hier brauche, dann muss Gott doch da sein für mich. Dann kann er doch nicht fern sein. Und wir machen uns unsere eigene Vorstellung, wie Gott so unser kleiner Götze wird, dem wir sagen können, hier hast du einen Dollar, gib mir mal Gesundheit. Wir machen uns unser eigenes goldenes Kalb, was wir kontrollieren können, was wir im Griff haben. Und bezogen auf die anderen Dinge, auf die Karriere, auf den Körper, auf uns selber, auf den Superstar. Wir versuchen, diesen Dingen hinterherzulaufen und versuchen, unsere ganze Kraft da reinzusetzen und sie zu sehen, sie anzufassen. Doch Jesus sagt uns in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Und in 2. Könige 18, ab Vers 4, sehen wir ein super Beispiel von Hiskia, der das getan hat. Er entfernte die Höhlen und zerbrach die Steinwale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eher eine Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu diesem Zeit hatte Israel ihr geräuchert und man nannte sie Nehustan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Bruder seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Er hielt sich daran, dass Gott gesagt hat, okay, vertrau mir, bleib auf meiner Seite. Auch wenn alle anderen das anders machen, ich bin der einzig wahre Gott, der einzig lebendige Gott. Halte dich an mich und so werde ich dir Segen schenken. Ich glaube, wir kennen das alle gut genug, dass wir häufig Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. Dass wir Angst haben, wenn wir einem unsichtbaren Wesen, was wir nicht richtig sehen können, die Kontrolle geben, dass wir selbst unser Leben nicht mehr in der Hand halten können und selbst nicht mehr bestimmen können, selbst nicht mehr entscheiden können, was wir tun sollen. Doch Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, ihm können wir vertrauen. Wir müssen ihm sagen, dass er regiert und nicht wir. Und wir heutzutage haben noch einen großen Vorteil gegenüber den Israeliten. Wisst ihr, was das ist? Das ist jetzt die Kinderstundenfrage. Okay, ganz leise. Jesus habe ich gehört. Irgendwo ganz leise. Genau, Jesus. Ja. Wir haben einen Vorteil gegenüber den Israeliten. Wir dürfen in der Bibel sehen, wie Jesus Gott selbst Mensch wurde, auf die Erde kam, sein Leben für uns hingegeben hat, Gottes Liebe am Kreuz demonstriert hat und uns ganz persönlich gezeigt hat, wie Gott der Vater ist. Jesus selbst sagt, dass wenn wir ihn sehen, dass wir den Vater sehen können. Und obwohl wir all dies wissen, obwohl wir wissen, was Jesus getan hat, gehen wir raus und sündigen weiter. Und wenden uns unseren eigenen kleinen Götzen zu, die wir haben. Doch das Gebot endet nicht dort in Vers 4 oder der Anfang von Vers 5 noch, sondern es geht weiter. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, der aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben, und meine Gebote halten. Okay. Erstmal sollen wir irgendwie keine anderen Götter haben und dann sollen wir uns auch keine Bildnisse machen irgendwie. Und jetzt ist Gott auch noch so ein eifersüchtiger, eifernder Gott. Puh, das geht mir irgendwie zu weit. Denkt vielleicht der eine oder andere. Doch Gott ist anders als wir. Es gibt zwei Arten von Eifersucht. Es gibt die eine Eifersucht, die eine Art von Eifersucht, die wir im zehnten Gebot noch sehen werden, die Sünde ist. Ich will, was du hast. Und das habe ich nicht. Und deswegen hasse ich dich. Das ist die eine Art von Eifersucht. Und die andere Art ist, ich liebe dich und deswegen will ich nicht, dass irgendjemand dir schadet. Auch nicht du selbst. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr schon mal vielleicht einen Freund oder eine Freundin gehabt habt oder in einer Beziehung seid oder Ehe oder Verlobt oder wie auch immer. Hey, wenn einer von beiden kurz davor ist, irgendwie fremd zu gehen, ja, dann dann ist da eine Eifersucht in dem anderen Partner, oder? Sollte zumindest so sein. Und diese Art der Eifersucht ist bis zu einem gewissen Grad auch gut. Ihr wisst, wir sind alle, wir leben in einer gefallenen Schöpfung und wir sind nicht Gott, wir sind nicht perfekt. Deswegen kann diese Eifersucht auch immer übertrieben sein und es kann auch so sein, dass da Sünde mit dem Spiel ist und Zorn auf einmal entsteht und böse Sachen entstehen. Aber im Grunde ist das genau das, wie Gott über uns denkt, wenn wir uns anderen Göttern zuwenden, wenn wir uns unsere Zeit, unsere Ressourcen, unser Geld in andere Dinge pumpen, die nichts mit Gott zu tun haben, die nicht auf ihn ausgerichtet sind, auf ihn fokussiert sind. Und Paulus deutet dieses Beispiel auf Christus und die Gemeinde, ja? Das kennt ihr sicherlich alle. dass Mann und Frau Christus und Gemeinde, wir, die Gemeinde sind die Braut Christi und und wenn wir einfach weglaufen und andere Dinge tun, nicht unserem Bräutigam hinterherlaufen, dann wird dieser Bräutigam eifersüchtig. Und das ist die gute Art der Eifersucht. Und das Ding ist halt, dass wir so sind, wie derjenige, der andauernd fremd geht. Wir lieben andere Dinge mehr als Gott. Ich habe mal ein Beispiel. Wir alle haben unseren kleinen Taschengötzen dabei. Wir alle laufen jeden Tag mit unserem Smartphone rum und okay, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es häufig genug so. Ich nutze mein Handy auch als Wecker. Es liegt neben mir. Wecker klingelt morgens. Wach. Wecker ausmachen. Oh, da hat ja jemand geschrieben. Oh, Facebook. Oh, alles toll. Aha. Erst mal entsperren. Oh ja, schwierig. Ich bin ein bisschen müde. Ach, hier schon wieder. Oh nein. Ach, krass. So. Ja, morgens. Direkt nach dem Aufwachen. Wem geht das so? Seid ehrlich, Leute. Ja. Noch was? Peinliche Situation. Wer kennt das? Ah, schön, ja. Jede freie Minute, die wir haben, wo wir irgendwie zwei Hände frei haben, holen wir dieses Ding raus und gucken, was es Neues in der Welt gibt. Immer und immer wieder zwischendurch. Es gab jetzt gerade letztens so einen Artikel irgendwie auf Spiegel Online, den mir meine liebe Frau zugeschickt hat, weil ich einfach auch viel zu häufig an diesem Ding bin. Da haben Forscher irgendwie so gemessen und irgendwie 60.000 Probanden gehabt, dass das durchschnittlich der Mensch durchschnittlich zweieinhalb Stunden am Tag mit diesem Ding verbringt und Jugendliche sogar drei Stunden. Und dass wir 88 Mal am Tag danach greifen und 53 Mal davon entsperren wir das Ding, um irgendeine App zu öffnen und da drin rum zu daddeln. Das ist ziemlich viel Zeit, oder? Drei Stunden am Tag? Was kann man in drei Stunden alles schaffen? Wow. Okay. Glaubt ihr, dass Gott da manchmal eifersüchtig wird? Wenn wir sagen, hey, ich schaffe meine stille Zeit nicht, zehn Minuten am Tag im Vergleich zu drei Stunden Handy? Ich glaube schon. Und ich glaube, dass es gut ist, dass Gott dort eifersüchtig wird. Und ich glaube, dass Gott uns dort zurechtweisen will und uns sagen will, hey, pass mal auf, ja? Ich bin ein eifernder Gott und mir gefällt das nicht, was du tust. Und Gott liebt uns. Gott hat uns geschaffen, er hat uns gemacht und deswegen weiß Gott auch, was das Beste für uns ist. Er ist nicht irgendein Typ, der uns irgendwie vorschreiben will, hey, das und das solltest du tun und dann geht es dir besser und dann ist alles toll, weil irgendwie, hier, gib mir nochmal 10.000 Euro dafür, weil ich dir das Tolles gesagt habe. Nein. Er ist der Schöpfer des Universums und nicht unser Handy, nicht unsere Götzen können uns sagen, was wir machen sollen, was wir tun sollen, sondern Gott alleine. Wenn wir etwas Geschaffenem vertrauen und nicht Gott, dann machen wir daraus ein Idol. Und wenn dieses versagt, ja, hattet ihr schon mal, dass das Handy abgestürzt ist oder plötzlich Akku alle am Tag, oh, shit, was mache ich jetzt den restlichen Tag, ja, dann hassen wir dieses Ding auf einmal, dann hassen wir diesen Götzen und dann suchen wir uns aber einen neuen Götzen, der diesen Platz einnimmt und der das wieder neu irgendwie ersetzen kann. Und diese Götzen in unserer Welt, die versprechen uns Dinge, die nur Gott uns geben kann und die können sie nicht halten, sie versklaven uns. Deswegen ist die wahre Anbetung Gottes so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jeden Tag wieder neu auf Gott fokussieren und das Erste, was wir morgens machen, uns einfach klar machen, dass Gott groß ist, dass er da ist, dass er uns liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat und dass es nichts Besseres gibt auf dieser Welt als diese Botschaft. Psalm 62, Vers 2 drückt es sehr deutlich aus, es passt zu dem, was Matze letzte Woche gesagt hat. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Und nun gibt es auch Konsequenzen für Götzendienst, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Das ist nicht fair, oder? Klingt erstmal nicht fair. Warum sollte Gott irgendwie die Missetat von irgendwelchen Vätern dann bei den Kindern auch noch heimsuchen? Klingt irgendwie erstmal nicht fair. Die Kinder können noch gar nichts dafür, dass ihre Väter so waren. Ich glaube aber, dass es so ist, dass wenn du Eltern hast, die Gott hassen, die ihre Kinder erziehen dahin, dass sie Gott hassen, die ihre Kinder wiederum erziehen, dass sie Gott hassen und so weiter. Dass dort halt Gott die Sünde bestrafen muss. Er ist ein gerechter Gott. Er kann nicht einfach so zusehen, wenn wir anderen Dingen hinterherlaufen. Aber dann hört es dort nicht auf, sondern es geht noch weiter. Aber beim Herzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Hey, ist das nicht cool? Als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, okay, Generation bis ins dritte und vierte Glied und dann beim Herzigkeit an vielen Tausenden. Die Strafe geht bis ins dritte und vierte Glied dort, aber seine Barmherzigkeit reicht an vielen Tausenden. Ich glaube, das soll einfach Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade widerspiegeln, die er für uns hat. Dass er seinen Sohn gesandt hat und dass wir aus dieser Kette rausbrechen können mit seiner Hilfe, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir glauben, dass Jesus für uns, für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dann bekommen wir diese Gerechtigkeit gutgeschrieben. Und was ist der Schlüssel des Ganzen? Das ist das Ende. Die mich lieben und meine Gebote halten. Ja, hatte ich eben schon gesagt, wie können wir Gott lieben? Jesus ist gekommen und hat alles wieder umgedreht. Er macht das, was einst kaputt gegangen ist durch uns Menschen, macht er wieder heil. Das richtet er wieder und dreht das einmal um 180 Grad. Er hat uns zuerst geliebt und deswegen können wir ihn zurücklieben. Es ist nicht so, wie bei diesen Götzen. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Bei den Götzen oder auch bei anderen Dingen, da müssen wir die ganze Zeit opfern. Wir müssen die ganze Zeit geben und wir müssen die ganze Zeit machen und tun. Wir müssen erstmal Geld hinblättern, damit wir so ein Ding haben. Davor müssen wir arbeiten und uns rackern, damit wir überhaupt Geld haben. bei den etwas offensichtlicheren Götzen muss man irgendwie Getreide, Obst, ein Hähnchen, wie auch immer, schlachten und machen und tun, damit das irgendwie Segen zurückbringt. Aber Gott ist das anders. Gott kam selber auf die Welt, um sich als Opfer hinzugeben. Epheser 5, Vers 2 Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Gottesbaumherzigkeit ist groß. Amen. Seine Gnade ist so viel größer als das, was wir irgendwie nur verdient hätten. Wir alle machen den ganzen Tag Blödsinn. Wir sind hier im Gottesdienst und gehen raus und zack, in der nächsten Sekunde haben wir wieder schlechte Gedanken. Wir sündigen, wir machen Fehler. Aber Gott ist groß und er vergibt uns unsere Schuld. Unser Fazit. Jesus befreit uns von dem Leistungsdruck, den Götzen uns immer wieder auferlegen. Wir müssen uns nicht profilieren. Wir müssen uns nicht erst richtig hocharbeiten, bei Gott, bis wir angenommen werden. Denn Jesus hat uns Gott schon angenommen. Er hat gelitten, wurde ausgepeitscht, wurde bespuckt, wurde geschlagen, wurde ausgegrenzt und ist am Kreuz letztendlich gestorben, damit wir all das nicht mehr erfahren müssen, damit wir all das eines Tages nicht mehr haben müssen, dass wir eines Tages bei ihm sein dürfen, da sein dürfen, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt, wo es keine Schmerzen mehr gibt. Und auch hier schon sind wir frei vom Druck, von Anerkennung, vom übertrieben gut aussehen müssen, vom übertrieben gut in der Schule sein, bis wir irgendwann völlig durchdrehen. Macht trotzdem gut eure Hausaufgaben. Wir sind befreit vom Gruppenzwang, von der Coolness, die wir irgendwie haben wollen, damit wir gut bei anderen ankommen. Und ich weiß, dass das jeden von uns irgendwie anspricht. Du musst nicht irgendwelchen Dingen oder Menschen gefallen, irgendwelchen Bildnissen, die du dir machst, denen du dienst, die du anbetest. Wenn du ihnen gefallen willst, dann ist das deine Art Anbetung. Dann ist das das, was du, wo du sie als Gott machst. Das brauchst du nicht mehr. Gott nimmt dich an, genau so, wie du bist. Und das Beste, er lässt dich nicht dabei. Er lässt dich nicht so, wie du bist. Er wird dir helfen, deine alten Laster abzulegen und wird dir helfen, in der Heiligung zu wachsen, dass du vorankommst, dass du erkennst, wo Sünden sind in deinem Leben, dass du mit ihm zusammen daran arbeiten kannst. Und es wird immer mal wieder sein, dass du fällst und Gott wird da sein und wird dich auffangen, wird dich tragen durch all diese Dinge hindurch. Die Liebe Gottes zeigt sich in seinem Eifer für uns und für seine Liebe ist kein Weg zu weit. Jesus wurde Mensch und kam auf die Welt und kein Opfer zu groß. Er gab sich selbst für uns hin. Amen.